AWFNR 442 mit der wunderbaren Caro Kauer. Das ist so eine Art Tagebuch, ein Audio-Tagebuch von vier sehr intensiven gemeinsamen Tagen. Der Paul-Ripke-Erlebnis, die hat eine Erlebnisreise genug geträumt, jetzt wird erlebt, bei mir gebucht. Und ich habe versucht, in vier Tagen so viel von dem, was mich fasziniert im Leben, für sie erlebbar zu machen, wie es auch nur irgendwie geht. Und da berichtet sie darüber, ich gebe zu, ich habe auch ganz schön viel berichtet. Ich habe einen kleinen Schwallalarm in den letzten 62 Minuten gehabt und den nächsten 62 Minuten, die du dir jetzt da anhören willst, ich hatte Redebedarf. Wie immer verweise ich auch noch mal auf meinen Post von Paul Newsletter. Wenn dir das noch nicht reicht, am Samstagmorgen, wenn du im Bett liegst und dir einen Cappuccino auf... Du hast einen warmen Kaffee, und die Bettdecke wärmt dich noch und es ist ein Samstagmorgen, du musst nicht arbeiten. Du willst aber ein bisschen berieselt werden von mir und meiner amerikanischen Welt, dann solltest du postfond.paulrippke.com abonnieren, denn dort gibt es Infos aus Amerika, Sachen, coole Sachen, die die Schlauen cooler machen und schlaue Sachen, die die Coolen schlauer machen. Das alles und noch viel mehr, wie immer bei A, W, F, N, R und jetzt geht's los. Paul, 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 Paul Nein, ich nehme gar nichts auf. Soll ich was aufnehmen? Ja, mach mal QuickTime Player und dann einfach Datei, neue Aufnahme starten. Dann kannst du das Mikro auswählen und dann haben wir zusätzlich zu der Aufnahme hier von unserem Telefonat noch ein Backup. Falls irgendwas schief geht, kann ja manchmal sein. Das kann passieren, ja, aber ich suche gerade im Finder dieses QuickTime, ich finde es noch nicht mal. Ist das schlimm, wenn ich es nicht aufnehme? Nö, kannst du auch einfach, no risk, no fun. No risk, no fun, finde ich auch. Hallo Caro, wie geht's, wie steht's? Hallo Paul, ja, alles cool. Was macht die Stimme? Bist du angeschlagen? Was feiern am Wochenende? Turn-up, Caro, war am Start. Vielleicht, vielleicht ein bisschen, ja. In Frankfurt? Ja, in Frankfurt, wir waren ein bisschen feiern. Du hast gefehlt, Paul, du hast gefehlt. Ich bin ja vor allem der Feiertyp. Ja, ich fand schon, ich fand schon. Also die Shots haben dich auf jeden Fall aufgelockert. In Heidelberg. Ich habe mir viel aufgeschrieben, worüber wir hier, wir haben viel zu analysieren und viel zu besprechen. Ich freue mich erstmal, dass du wieder drangegangen bist. Nach unserer letzten Aufnahme war ich ja im absoluten Overflow aus dem Superbowl und war danach so ein bisschen unzufrieden, dass ich so verwirrt war, dass mein Gehirn so überall all over the place war. Ja, vielleicht, hoffentlich wird es heute ein bisschen besser. Ich glaube, heute ist es andersrum, Paul. Du bist verwirrt? Ja, also fordere mich auf gar keinen Fall raus heute. Warum denn nicht? Hä? Du wirst doch erst richtig gut, wenn du richtig drüber bist, sozusagen. Also nach unserer Erlebniswoche, nee, einem Wochenende, wir waren drei Tage unterwegs, da war mein Gehirn mal richtig leer. Da brauchte ich ein, zwei Tage, um wieder aktiv werden zu können, weil es dann doch, da habe ich die Maximierung der Ereignisdichte aufs absolute Maximum geschraubt. Und sehr viel mehr ging nicht. Vielleicht noch irgendwie ein Heli-Transfer zwischendrin. Hat gefehlt, ja. Hat gefehlt. Aber das können wir ja mal hier besprechen. Was waren deine Top-Highlights und wie fandst du das alles? Ich habe mir natürlich auch den Podcast mit Carmen angehört, deinen wunderbarer, den ich immer noch, also ich finde kein Bock, keine Zeit, immer noch nicht einen wirklich guten Namen für Podcast. Weil ihr habt ja Bock und ihr habt ja Zeit, das aufzunehmen. Und deswegen ist das eine Lüge, euer Podcast. Ihr seid nämlich relativ engagiert und ich habe mir die Folge angehört und habe schmunzelnd deinen Erfahrungsbericht mir angehört. Ich finde, es ist immer abgefahren, quasi eine andere Ebene oder eine andere Perspektive, die andere Seite mal zu hören, wie wenn du so anderen Freunden erzählst. Und deswegen habe ich dich genötigt, dass du mir das hier nochmal bitte erzählst. Viele Lobeshymnen, vielen Dank. Auch im Newsletter. Danke, Caro. Vielen Dank für die ganzen Lobeshymnen. Ich habe dich ja einmal im Podcast komplett verschwiegen und ich dachte, damit kann ich es vielleicht so ein bisschen wieder gut machen, als es um den Grauburgunder ging und das ja deine Idee war, der Name. Und ich glaube, ich habe das nicht so deutlich erzählt beziehungsweise gar nicht erzählt. Dass ich schon dabei war, ja. Du redest schon wieder in Insidern. Ich habe Caro sehr angemault, dass sie in ihrer Podcast-Folge über das Wine-Event einfach, da habe ich nicht existiert. Und da Heiko Hebig war, vielen Dank, dass der vorbeigeht. Der Jochen Dreisigacker, vielen Dank an Jochen Dreisigacker. Dann ganz toll auch, dass von Carmen der Mann Niklas da war. Auch vielen Dank nochmal, dass ich meinen Rückflug umgebucht habe und anders nach Amerika zurückgeflogen bin, nach Hause, um den Grauburgunder Lounge in Bechtheim nochmal zu erleben. Das findet dann keine Erwähnung. Dafür habe ich dich ein bisschen angemault. Ja, das hat mir aber auch sehr leid im Nachgang. Aber ich dachte, glaube ich, auch eher so, dir sage ich das auch immer. Mit einem Heiko Hebig habe ich eben nicht so den Kontakt wie mit dir. Und deshalb hat das da nicht so richtig stattgefunden. Aber ich glaube, ich habe es wieder gut gemacht, weil ich das auch vollkommen ernst gemeint habe. Also die inspirierendsten Sachen der vier Tage waren es übrigens, nicht drei, du meintest, es war drei. Weißt du überhaupt noch, wie das passiert ist? Du warst im Urlaub und ich habe gesagt, was machst du die vier Tage? Weil, also, man kann ja schon mal sagen, dass du gerade ein bisschen Transportprobleme hast, ne? Also, du bist ein bisschen an deinen Ort gebunden, sagen wir es mal so. Ich habe das noch nicht gedroppt und das Schlimme ist, ja, du bist schuld daran, einfach nur du. Auch das können wir gerne mal offen besparen. Also, wir sind nach Köln gefahren, du hattest dort einen Notartermin, ich habe dort einen Termin mit, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, aber egal, und bin da mitgefahren. Mit dabei waren drei, vier Leute aus deinem Team, glaube ich, oder zwei Leute vorne, ich saß hinten rechts. Und ich war jetzt nicht der beste Beifahrer bis dahin. Du aber auch echt durchaus schwungvoller, eine schwungvolle Fahrerin, kann man so sagen, oder? Nein, ja, nachdem ich jetzt deine, nachdem ich jetzt deine Fahrkünste kennengelernt habe, dann fahre ich halt ein bisschen zügiger als du. Ich fahre sehr lange. Ja, also, wenn man geblitzt wird für zu langsam fahren, dann bist du der Erste, der geblitzt wird. Also, ich habe das ja fast nicht ertragen. Ich fahre sehr langsam im Auto. Ja, und dann das Schlimmste ist auch noch, wenn du dann noch nebenbei telefonierst. Ich habe noch nie mein Handy am Steuer angepasst. Nein, aber natürlich über die Freisprechanlage, dann ist es vorbei. Also, Multitasking geht dann gar nicht. Dann sind wir einfach über die Autobahn getuckert, mit 80 teilweise. Alter, Paul, paar mal. Das finde ich großartig. Ich freue mich einfach hinter so einem Laster. Einfach wunderbar, normal. Wir sind ja jetzt auch kein Porsche oder sowas gefahren, mit dem man schnell fahren sollte. Und deswegen haben die uns alle so komisch angeschaut. Warum fährt dieser Porsche dahinter? Naja, also, auf jeden Fall hast du, du bist zügig gefahren. Und ich habe drei, viermal dich erinnert, von meiner Position hinten, wo normalerweise deine Kinder sitzen und auch verschiedene Utensilien deiner Kinder auch noch rumlagen um mich herum. und dann habe ich halt gesagt, Caro, Vorsicht, hier ist 100 oder hier ist 120. Und jedes Mal wurde ich wirklich, also, du hast mich behandelt, als ob ich irgendwie völlig bescheuert bin, dir überhaupt irgendwas zu sagen über deinen Fahrstil. Und hast so getan, als ob das absolut obskur ist, dass ich überhaupt was anzumerken habe, dazu, wie du Auto fährst. Und dass ich jetzt mal meine Klappe halten soll und Ruhe auf den billigen Bretten. Ich weiß, wie Noah sich fühlt. Ich sage es mal so. Komm, das ist unfair gerade. Doch, genau so ist es. Ich emotionalisiere nur im Intro von der Geschichte. Weißt du, da wird das dann anders. Dann bist du irgendwann gefahren und ich habe einen Blitzer entdeckt. Und dann dachte ich, wenn ich hören will, muss fühlen. Und habe halt dir nicht gesagt, dass da ein Blitzer ist, sondern habe ein Peace-Zeichen von der Rückbank gemacht. Und zu meiner Überraschung, ich habe ja nicht erwartet, dass es wirklich blitzt. Aber es hat geblitzt. Und schlubst es der Führerschein weg. Tatsächlich ist das aber ein Glück. Also es ist natürlich für mich jetzt erstmal Glück, für dich nicht zwingend. Aber in Summe würde ich immer noch sagen, das ist ein Win. Das ist ja schon ganz gut, dass es da geblitzt hat. Für wen? Für die Aktion, für die Erziehung, für die Geschichte, die man jetzt erzählt hat. Eine Geschichte ist immer viel, viel wichtiger als die Konsequenz daraus. Ja, aber ich bin ja auch kein Raser. Ich finde, deshalb habe ich das jetzt auch gar nicht mal so groß thematisiert, beziehungsweise gar nicht thematisiert, weil das einem dann so vorkommt, wie wenn ich voll der Raser bin. Das stimmt aber nicht. Ich verpasse nur manchmal die Schilder und dann denke ich, ist es noch offen und dann zack, passiert es. Und das war leider das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich über 26 kmh gefahren bin. Zu schnell, weil ich einfach dieses dumme Schild verpasst habe. Weil dir auch niemand Bescheid gesagt hat, ne? Nee, weil du, also weil du einfach, du hast mich voll ins Messer laufen lassen. Eigentlich gar nicht so geil so in der Freundschaft, aber gut. Doch, das ist schon, ich finde das absolut, die Geschichte ist wichtiger und da können wir wirklich kurz drüber reden. Das ist doch total geil. Ich habe auch die ganze Zeit, ich war in Südwestdeutschland unterwegs und habe verschiedene Städte des Südens besucht. Und da waren wir ja schon auch im Auftrag der Stadt auch unterwegs. und da hatten wir teilweise Drohnenbilder und da mussten wir uns natürlich an alle Vorschriften, die es in Deutschland für Drohnengenehmigungen und so weiter gibt, halten. Und das haben wir auch getan in diesem Drehding. Und dann dachte ich halt, also meine Art von Humor war zwischendrin dann schon auch mal die Polizei zu rufen, dass die mal vorbeikommen und das kurz überprüfen. Weil der Produktionsleiter hat sie, der war schon sehr besorgt, dass irgendwas passiert. Berechtigterweise, weil ja dann wahrscheinlich die Stadt sich beschwert und dann die sagen, seid ihr bescheuert, ihr filmt hier was und dann brecht ihr die Drohnengesetze oder sowas. Und gerade in Karlsruhe war es ein Riesenthema, weil das ja das Bundesverfassungsgericht und da darf man wirklich gar nicht Drohne fliegen. Und hätte ich schon Bock gehabt, auch mal die Polizei zu rufen und ich finde, dass das Level an Humor, dass man das dann aushalten muss, dass die Polizei da das mal kurz überprüft, ob die Genehmigung auch wirklich richtig ist, das finde ich ist schon, das würde ich auch, also ich bleibe dabei, dass, also A, ich will dieses Foto haben, das ist, ich brauche dieses Foto, B, natürlich tut es mir ein bisschen leid, dass du den Führerschein verloren hast und jetzt zu Fuß unterwegs bist, aber C, ich habe ja delivered, ich habe ja gesagt, ich weiß, du hast keinen Führerschein, ich weiß, du hast da drei Tage frei, komm doch mal mit zum Jochen Schweizer Paul-Ripke-Erlebniswochenende, ich stelle da ein Programm zusammen, ich hole dich am Bahnhof ab in Mannheim und ich fahre dich wieder zum Bahnhof nach Ulm und dann zwischendrin fahre ich dich die ganze Zeit und das habe ich auch getan und dass du jetzt, also, dass du dich da jetzt beschwerst, dass ich zu langsam gefahren bin, ist okay, Eigentlich ist es ganz gut, dass du so langsam gefahren bist, weil ich bin da tatsächlich die schlechteste Beifahrerin ever, ich hebe mich ja immer ganz gerne rechts fest, wenn man dann doch ein bisschen schneller fährt, deshalb war es gar nicht so schlecht und wir hatten mehr Zeit zu quatschen. Genau, und das war also neben den lustigen Event-Highlights, also ich führe einmal kurz unsere Zuhörer da durch, damit die wissen, worüber wir geredet haben, abgeholt in Mannheim, kurz nach Heidelberg, weil ich was vergessen hatte, aufzunehmen zu Hause, kleiner Hiccup, Entschuldigung, dann ab nach Kassel-Wilhelmshöhe, in Kassel-Wilhelmshöhe sind wir zu den Tottenhosen gegangen, da fand ich, war ich schon ein bisschen stolz, dass ich, dass du ja, du dachtest, naja, du dachtest schon, wir haben halt einfach Tickets dafür, oder? Genau. Und dass aber wir innerhalb von zehn Sekunden neben den Tennisspielenden Tottenhosen und von Campino begrüßt werden und der völlig selbstverständlich Hallo gesagt hat, da war ich schon das erste Mal stolz, weil die Tottenhosen sind Familie und die sind tatsächlich so beeindruckend, finde ich, wie die als Mannschaft unterwegs sind, deswegen habe ich das ja auch eingestreut, also im Ernst wollte ich dir ja auch ein bisschen das zeigen, was mich so geprägt hat in den letzten 15 Jahren, weil du ja 15 Jahre jünger bist als ich und noch was vor dir hast, aber ähnliche Werte vertrittst, finde ich, mit deiner Mannschaft, mit deinem ganzen Label da und mit deiner ganzen, ja, ist ja auch eine Familie für dich, was du da in Eislingen aufbaust und was da passiert und das ist die Faszination, warum ich das, was du da tust und dich so cool finde, wie du das machst und wie du da rangehst, ist tatsächlich, weil es mich erinnert an die drei erfolgreichsten Gruppen eigentlich, die ich in so einer Kombination erlebt habe, nämlich die Tottenhosen, dann die ganze Materia-Crew und drittens das Formel-1-Team auch noch, da können wir später nochmal kurz drüber reden, da komme ich ja jetzt gerade her und will dir auch noch ein bisschen erzählen, wie das so war, aber deswegen war es mir wichtig, dass du das mal siehst, wie die so arbeiten und wie die so zwischendrin, ist dir das aufgefallen? Also hast du, beziehungsweise im Podcast kam es so rüber, als ob du das so gespürt hast, was da, wie die so sind, oder? Definitiv, das war eins meiner Highlights. Hätte ich nicht gedacht, als ich dann vor dieser ganzen Menschenmenge stand, alle in schwarz gekleidet, wir so einfach komplett raus, vor allem du mit deiner rosa Shorts, weißem Shirt mit babyblauem Aufdruck und dann stehe ich da da und denkst, okay, und dein erster Satz war, weißt du, Caro, also hier wirst du auf jeden Fall nicht erkannt, andere Zielgruppe, was nachher nicht so war tatsächlich, aber das war so das Erste, wo ich so dachte, okay, erst mal komplett falsch gekleidet, ist ja nicht so, dass mir sowas schon auch ein bisschen wichtig ist, richtig zu Events gekleidet zu sein und das ist auch nicht so, dass ich nicht irgendwie schwarze Sachen dabei hätte, also auf jeden Fall standen wir da in dieser Menschenmenge und dachte so, hä, verstehe ich irgendwie gerade nicht, was ich hier zu suchen habe, aber ich wusste schon, das hast du auch ursprünglich gesagt, als du mich da im Urlaub angerufen hast, du musst mir das zeigen und du wirst im Nachgang auch verstehen, warum ich dir das zeige und deshalb war das direkt für mich klar, ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt, ich dachte auch, ich habe so null Berührungspunkte mit den Toten Hosen, habe schnell festgestellt, dass ich gefühlt jedes Lied kenne, meistens dann wirklich irgendwie vom Feiern, vom Bierzelt, auch da bin ich immer mal unterwegs und auf jeden Fall war das sehr krass, auf einmal in diesem Backstage-Bereich zu sein, weil man sowas natürlich gar nicht mitbekommt und ich ja sowieso noch nie groß auf einem Konzert war und dann auch noch im Backstage-Bereich, wo Campino mich einfach auch namentlich begrüßt und auch schon so ein bisschen was von dir, glaube ich, wusste und das war so schön, das war so herzlich, das war so familiär und da fühle ich mich ja direkt auch immer gleich zu Hause, wenn ich merke, das ist auch so von Herzen und ich bin nur so aufgesetzt und das war somit das Erste, was mich sehr beeindruckt hat, vor allem auch natürlich die ganze Energie, während dem Konzert war prägend, aber das, was so richtig krass war, wo ich so dachte, wow, war zum Schluss nach dem Konzert, als auch in dieser Euphorie alle umarmt wurden und dann gesagt wurde, wie toll das war und, und, und und ich da auch so mit eingeschlossen wurde und dann sind wir hinten rausgelaufen und da war das Deutsche Rote Kreuz, gerade wenn was passiert oder jemand umkippt oder so und da waren drei Frauen, die da lagen auf dem Ding und dann ist Campino da einfach hin und hat halt gefragt, ob alles okay ist, ob irgendwie was tun kann und, und, und und ich glaube, ja, weiß ich nicht, das hat mich sehr inspiriert, weil ich ja auch immer der Meinung bin, dass man auf dem ganzen Weg zum Erfolg in Anführungszeichen oder wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, ja, genau, auf dem Weg zum Erfolg, nein, dass man das nicht verlieren darf und ich finde, das zeigen die Toten Hosen, insbesondere jetzt in dem Fall Campino, hat mir das auch nochmal so gezeigt, weil er müsste da ja nicht hin, er könnte ja auch vorbeilaufen, es war sehr wild, das Konzert, erst mal kurz zum Runterkommen, schnell in seinen Backstage-Bereich, dass er eben, ja, einfach mal kurz runterkommt, ja, und dann geht er da aber noch hin und das war ihm auch wichtig und das war sehr schön zu sehen, dass er eben diese Menschlichkeit in den ganzen Jahren, wie viel, was haben die gefeiert, 40 Jahre? Ja, 40 Jahre. Dass er das halt, ja, dass das nicht verloren gegangen ist, das ist einfach nicht selbstverständlich. Total, und auch wie er danach dann nochmal schreibt und nochmal, also weißt du so, das hast du ja auch immer alles mitgekriegt, wie, deswegen ist er so besonders und deswegen ist er, also er ist ja wirklich einer der wichtigsten Menschen auch in meinem Leben gewesen in letzter Zeit, genau deswegen, das hast du genau richtig erkannt, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, dass, also wenn du einen Kreislaufzusammenbruch hast, ja, bei, keine Ahnung, alles aus Liebe, in Kassel, in der Mitte, im Publikum und dann, ich weiß, was du jetzt sagst, und dann wirst du behandelt und auf einmal steht Campino über dir und sagt, ist alles okay, dann denkst du ja, das ist eine Erscheinung, das muss ein Geist sein, ich bin tot, ich bin im Himmel, Campino redet jetzt mit mir auf einmal, also, ich weiß nicht, ob das der richtige Ablauf ist, aber zumindest, aber schön, die waren alle sehr, nein, die Geste, und die meinte auch ernst und auch, die waren ja fast sauer, dass wir dann direkt losgefahren sind und, weil wir noch nach Köln mussten, aber, ähm, das war schon gut, es war, es war, es war ein schöner Abend und, und das, das hat mir auf jeden Fall gefallen, das auch zu teilen, weil, ey, am Ende ist es ja, ich, ich, ich schweil in jedes Mikro, was mir da hingelegt wird und erzähle immer wieder, wie wichtig das für mich war, das durch die Toten Hosen zu lernen und auch die Manager und die Tourmanager und Maya und also so, wie da, wie da alle so drumherum sich darum kümmern, äh, dass du eine gute Zeit hast und das eben auch nicht müssten, nichts davon müssten die, die müssten, die können auch einfach sagen, setz dich da drüben auf Rang 14, kaufte eine Bockwurst, ciao, sondern die, die sind echt bemüht von Catering, also selbst die Catering-Leute kommen an, willst du noch hier das Risotto probieren und, und das und da und das, also es ist einfach mega geil und mega beeindruckend und, und also auch, ich finde das Sinnbild dafür natürlich auch diesen, dann doch inzwischen, ja, älteren Security, der vielleicht physisch nicht mehr die Leute, die vom Crowdsurfen reinkommen, äh, annehmen kann und, ähm, den sie dann aber einfach vor die Kabine setzen, also da muss ja auch jemand sitzen und drauf aufpassen, wer so da ist und dann sitzt der da und das, das ist für mich immer das Bild, wie treu die sind und das ist wirklich beeindruckend und, und deswegen, äh, freut mich das immer, wenn man das teilen kann, also so, weißt du so, so, das ist was anderes, wenn man das, wenn das jemand erleben kann und bis heute ist es ja auch so, die rufen immer an, wenn in Mannheim ein Konzert ist und sagen, ob von meiner Familie oder von meiner Frau die Familie irgendjemand vorbeikommen will und irgendwie sich das Konzert anschauen will, kommt jederzeit rum, sagen die dann immer und das finde ich schon echt faszinierend. Ja, auch die Liebe zum Detail, auch, dass sie noch überall so ein bisschen mit drinstecken, auch über die Preise diskutieren, was so ein Ticket dann auch kostet und so, das hattest du mir ja erzählt, das finde ich krass, ich finde das mega. War mega. Dann waren wir surfen, das war mein Highlight eigentlich, muss ich sagen. Ja, weil du es geschafft hast, gleich auf einmal. Ja, Alter, Alter, ich war so stolz, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, physisch war ich jetzt schon out of my comfort zone, also so, weißt du, mit so einem Boot, dann ist da Sebastian Steutner, der Weltrekordhalter im Surfen und macht das natürlich mit links, irgendwie, an so einer Leine und dann surft er in so einem Boot, was quasi eine große Welle macht, Wake Surfen heißt das dann, glaube ich, und dann war sofort, dann sollte ich da ran und die Weste von mir war sehr eng. Die hat mein eh schon, ich habe ja schon immer noch Bauch und dann hatte ich da so eine richtig krasse Wampe, eine Fettschürze eigentlich. Aber das kann doch nicht sein, oder? Weil ich glaube, so Schinken-Käse-Croissant isst du nicht irgendwie zwei auf einmal und so eine Haribo-Tüte im Auto, die wird auch nicht inhaliert innerhalb von fünf Minuten, so komplett. Ich ernähre mich nicht ganz optimal gerade. Das war faszinierend für dich, oder? Was ich für einen Scheiß manchmal esse? Ja, und ich habe mich anstecken lassen. Meine Punkte sind explodiert über die drei, vier Tage. Ich habe mich anstecken lassen. Das war so ein Schinken-Käse-Croissant, so ein halb gebackenes von der Autobahn-Raststätte. Aber es war schon geil, ja. Ich habe tatsächlich auch, als wir von Frankfurt zurückgefahren sind, sind wir auch an der Raststätte und ich wollte unbedingt einen Schinken-Käse-Croissant, es gab aber keins. Ich war richtig traurig. Aber das, ja, habe ich von dir gelernt. Schinken-Käse-Croissant, nachdem man dann feiern war, schon ganz nice. Ja, total. Und beim Surfen habe ich es halt durch puren Zufall beim ersten Mal geschafft und habe auch sofort dann aufgehört und habe gesagt, ich mache nie wieder das Realische. Ich kann das eigentlich überhaupt gar nicht. Und habe es halt irgendwie so durch Trotteligkeit. Also der Druck war hoch. Da waren ja auch sieben Influencerinnen auf dem Boot, vor denen ich schon ein bisschen, also ich wollte mich schon beweisen. Es war jetzt nicht so, dass ich alle Handys an, alles da drumherum. Nein, war aber mega geil und hat Bock gebracht. Und vor allem fand ich, also da fand ich auch wieder, die Leute, die dieses Boot betreiben da, weißt du, dieses Surfding, so die Crew, die da dabei war, die anderen Kapitäne und so, also so, da waren drei Boote und zwar so ein geiler Vibe irgendwie, dass so Leute sowas aufbauen, dass sowas möglich ist. Und wie die so erzählt haben, dass irgendwie, die eigentlich ein ganz gutes Standing da haben, in dem Wasserskibereich vom Rhein, südlich dieser Brücke da. Und irgendwie war das, also das hat mir echt großartigen Spaß gemacht, da im Wasser. Du standst ja auch, also ganz so ist es nicht. Du hast dich schon auch gut angestellt, finde ich. Also finde ich. Das ist nett formuliert, ja. Zehn Sekunden. Du hast eigentlich gesagt, das zählt nicht. Das war noch nicht mal zehn Sekunden, das war vielleicht eine Sekunde. Also währenddessen hast du gesagt, das zählt nicht. Ich finde es echt schön, dass du jetzt sagst, das war gut. Aber ja, aber beim Joggen habe ich dich fast überrundet. Ganz langsam, liebe Caro. Also da nimmst du, also da muss ich echt sagen, da bin ich jetzt. Also du hast wirklich keine Kondition. Du kannst dich ja in Ironie flüchten. Ja. Aber wir können ja schon mal festhalten, wir sind zusammen laufen gegangen. Ja. Morgens. Und ich dachte, du postest die ganze Zeit EMS-Training und da Fitness und dort das. Die ganze Zeit ist falsch. Und was sonst so da ist. Also du wirkst relativ fit auf Instagram. Und du nicht. Und das war das Problem. Ja. Also ich meine, wir sind noch nicht mehr, nach drei Kilometern hast du schon nicht mehr reden können. Hast du einen roten… Ja, und du kannst die ganze Zeit reden. Und das hat mich, also ich hatte Seitenstechen. Also ich kam mir vor, als würde ich reden. Dabei hast du ohne Punkt und Komma geredet. Und irgendwann so, Caro, du bist immer rot. Ich so, ja, ich hatte gefühlt nach dem ersten Kilometer schon Seitenstechen und habe das noch nicht mal gesagt, weil ich sagte, hä, das kann gar nicht sein, dass ich jetzt Seitenstechen kriege. Und auf dem Rückweg ist mir einfach nur schwarz vor Augen geworden. Und es hat es nicht besser gemacht, dass du mich weiter angefeuert hast. Du darfst nicht stehenbleiben. Du musst weitermachen. Das ist jetzt das Schlimmste, was du machen kannst, stehen zu bleiben. Und ich so, Alter, ich kipp gleich um. Du warst wirklich kurz vor dem Fall. Ja, voll, voll, wirklich, und ungelogen, also wirklich schwarz vor Augen so teilweise, wo ich mich kurz konzentrieren musste, dass ich jetzt nicht umkippe. Das wäre nämlich die Story gewesen, die du jetzt wahrscheinlich breit getreten hättest, dass ich umkippe. Nein, hätte ich nie gemacht. Ja, das wäre nein. Ein, zwei, ich hatte tatsächlich Angst, dass du dich übergibst. Ja, das war eher tatsächlich, ja. Ja, aber dafür hast du mich noch schön getriezt, die Treppen da hochzurennen. So, das ist das Letzte. Was hast du gesagt, wenn du das gesagt hast, jetzt überleg mal, dein Traum geht in Erfüllung. Du darfst jetzt zur Fashion Week nach Paris oder so. Und das ist jetzt dein Ziel, du musst die Treppen noch hochrennen. Also, ich möchte noch mehr deutlich sagen, das war nachdem ich gesagt habe, dass ich gleich umkippe. Und dann musste ich das noch durchziehen. Wenn es einfach mehr, würde es jeder machen. Du darfst jetzt auch nicht ganz vergessen. Ich dachte halt, ich kriege dich da ein bisschen geträgt. Da kommt der Hockey-Trainer aus mir raus. Ich habe früher Hockey trainiert und da werde ich dann doch ein bisschen Peitschermäßig und habe da einfach auch Spaß, die Leute ein bisschen zu quälen. Es ist, wie es ist. Party abends war auch lustig in Köln. Du hast ein Freund schon wieder gemacht, ja. Ich will doch jetzt nicht in irgendwelchen Kneipen versacken und ihr seid in irgendwelche verrückten Influencer-Kneipen ins Sixpack gegangen und habe da Turn-Up. Ich habe nur Insta-Stories davon gesehen. Da bin ich dann tatsächlich froh, weil ich muss ja fahren am nächsten Tag. Stimmt. Und du warst auch schon angeschlagen dann nach einer Stunde Dings und schlafen, glaube ich. Oder wann bist du denn nach Hause gekommen? Weiß ich nicht. Spät, würde ich sagen. Ja, recht spät auf jeden Fall, ja. Und da war ich ausgeschlafen und konnte uns wunderbar nach Heidelberg fahren. Über Frankfurt. Frankfurt war krass, muss ich sagen. Ja. Also 6 p.m., Aschraf, Bruder. Das war echt beeindruckend. Also der hatte da so einen Pop-Up-Store und da waren einfach 5000 Jugendliche, die, also was heißt Jugendliche, die waren 17 bis 19 oder 15 bis 19. Ja, richtig jung. Und ich fand es ja schon so fassungslos, also ich war fassungslos, dass du den nicht kennst, weil der schon so ein bisschen, also es ist das Phänomen in der Modebranche eigentlich, aber halt auch gleichzeitig so nischenmäßig, weil es halt sehr Rap und ja, also es ist auf jeden Fall ein spezielles Thema, sagen wir es mal so, eine sehr spitze Mode auch auf eine Art. Ja, du feierst ja auch sein Konzept. Voll. Das ist genial, wie der das macht. Ich versuche den auch die ganze Zeit noch in den Podcast mal zu bringen, damit er mir das mal genauer erklären kann, weil ich das total faszinierend, also ich fand auch die Stimmung vor Ort total faszinierend, wie er da so, also weißt du, wie er da so saß und ganz in Ruhe Fotos gemacht hat und dann wie so, oh, das war so peinlich, oder? Als wir da angekommen sind und er dann, ich meine, da sind 500 Leute um ihn herum und wollen ein Foto von ihm. Er so, stopp, stopp, stopp. Hier ist Paul Ribke. Sagt alle einem weltberühmter Fotograf Paul Ribke und hat dann so und alle so, wie wenn der Vater bei der Hausparty beim 16. Geburtstag sagt, guck mal, das ist mein Kumpel, der hat früher Bundesliga gespielt. So war das, weißt du? Also so, guck mal, hier ist Christian Werns und alle 16-Jährigen so. Und alle richtig genervt aber auch schon, weil die wollten einfach ein Foto und dann kommst du. Die waren, noch nicht mal gezuckt haben die. Das war denen völlig egal, wer ich bin und was passiert ist. Und dann haben sie gesagt, ja, geh wieder nach Hause, Paul Ribke. Wir wollen das andersrum. Aber war echt faszinierend. Also was da, das ist Hype. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, beim Pop-Up-Store, hat sie ja letztens von Karo Kauer-Label. Da stehen da auch 5.000 Leute? Nein. Das war schon was anderes, oder? Tatsächlich nicht. Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mein Pop-Up-Store, der eröffnet wurde, war ja auch in Corona-Zeit. Da liegt irgendwo die Wahrheit dazwischen. Also es war gut, was los. Es gab auch eine Schlange. Aber es war auch schon Ausreiseverbot aus verschiedenen Bundesländern. Also von daher weiß ich jetzt nicht, was passiert, wenn wir den Store jetzt eröffnen im September. Aber ja, wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn da vielleicht die Hälfte von Aschraf, so von der Menge zumindest, da wäre. Da können wir das nämlich zusammen ordentlich feiern. Kommst du eigentlich, oder? Ja, natürlich. Okay, gut. Bisher war ich immer, ich komme ja auch zu deinem Grauburg in der Lounge, wie du vielleicht noch nicht mitgekriegt hast. Ach, warst du auch da? Ja, warst du auch da. Und dementsprechend, ja, nee, auch da bin ich natürlich am Start und kriege das dann dahin. Nein, ich finde ich, also, ich finde es einfach faszinierend und auch da, also ich meine, da ist die Definition von dem, der gibt sich Mühe. Der schreibt jede einzelne DM, der hat Codes, die er rausgibt, für personalisiert. Also ich kenne niemanden, der fleißiger ist als Aschraf und deswegen hat das auch einen Sinn. Also absurderweise gab es ja einen gemeinsamen Nenner zwischen den Toten Hosen und 6 p.m. Pop-Up-Storeit Frankfurt, Bruder. Und also, das ist das Gleiche. Also wenn du, die sind nicht zufällig da und das ist kein Zufall. Das sind einfach sehr, sehr, sehr herzliche Menschen, die wirklich völlig zu Recht den Erfolg haben, den sie haben, weil sie einfach echt krass, also und genau, das ist ja das, was ich dann so geil finde, dass so neue Welten du dann da erlebst und ja schon dann irgendwie in den, also das kann man ja schon mal sagen, also die Fahrten zwischendrin sind ja das, was interessant ist, wo dann irgendwie mein Cousin dabei ist und der mir designmäßig bei Paris hilft und wenn wir dann über Shop-Systeme und Ausstattung und also so, wir diskutieren ja schon sehr intensiv über Mode, Direct-to-Consumer mit Klamotten und das ist dann das, weil ich bin und das vereint uns, glaube ich, du bist auch nicht jemand, der so, lass uns mal jede Woche am Dienstag eine Stunde über Aussehen, Shop, also ein Weekly Call machen, das hilft, das führt bei mir zu nichts, also zu gar nichts, das ist null, ich brauche, bei mir, also für mich ist es inspirierend, mit dir durch die Republik zu fahren und mir anzuhören, wie du die Seite findest und wenn du dann die zehn Minuten, wo du die Via-Paris-Seite offen hast und gesagt hast, warum ist das so, warum geht das nicht und warum ist das so, die sind für mich wichtiger als vier Stunden für mich, also ich kriege das nicht anders hin und deswegen, das war ja schon das, was über die vier Tage auch, also zumindest für mich relativ wichtig war, weil es so wenig gibt, mit denen ich mich darüber austauschen kann, weißt du, also so, da machen wir ja dann doch was Ähnliches mit Paris und du zehnmal so groß und erfolgreich, aber da kann ich viel von dir lernen und das ist total geil, da sich auszutauschen einfach, also das hat zumindest für mich großen Spaß gemacht. Auf jeden Fall, vor allem kommt ja dieses Jahr noch was, ich glaube, das haben wir noch nie thematisiert öffentlich. Ja, oh, ist das immer, nein, das ist voll cool, ich freue mich da voll drauf. Die Überraschungskollektion, kannst du jetzt auch erklären, also ich, ich habe was für dich designt, was du erst an dem Tag sehen darfst und wir auch, also es geht so weit, dass als du hier kurz warst im Büro, habe ich davor angerufen und habe gesagt, räumt sofort die Samples weg oder wie ihr in Iceland sagt, die Protos. Wir sind nicht so international, weißt du, so wie du. Da habe ich aber auch schon lange Diskussionen mit meinem Team, weil bei mir einer immer Samples gesagt hat, weil, oh, UK, the samples over there und dann habe ich gesagt, das heißt Samples und also, wie David gestern gesagt hat, was viele unterschätzen, in meiner Organisation, also so, wer für mich arbeitet oder mit mir arbeitet, denkt, glaube ich, oft, dass es, dass es sehr demokratisch zugeht, also, dass es, dass jeder so ein bisschen mitreden kann und auch mal eine Idee haben kann und irgendwann realisieren, dass sie halt dann doch, dass es schon näher an einer Monarchie oder einer Diktatur ist als alles andere, wenn ich da ganz ehrlich bin und das ist natürlich für manche Leute nicht das Beste, muss man leider ja auch zugeben. da unterscheiden wir uns tatsächlich, ja. Bei dir ist eine echte Demokratie, Da darf jeder, hat man eine Idee, vielleicht bist du deswegen erfolgreicher. Na, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben, dass ich erfolgreicher bin als du, aber, ja, wir haben auf jeden Fall andere Konzepte im Hintergrund. Stimmt. Wie fandst du es im Oben? Das war schön, oder? Ich finde, am besten im Oben ist, dass wir, also, wir hatten einen Tisch, der eigentlich reserviert war für 122 Kilo mit Chris, der Podcast, wo wir ein Essen für die vier Leute, wir wollten die vier Leute, die am meisten abgenommen, oder am meisten ihr Leben verändert haben, gar nicht abgenommen, sondern es gab vier Leute, die wir ausgewählt hatten, die eine voll krasse Geschichte durch den Podcast irgendwie angefangen haben und wo das wirklich einen Impact hatte auf die, was mich richtig gerührt hat und die wollten wir einladen und wir hatten einen Tisch für sechs Leute und das wollten wir schon mal machen im Dezember, da habe ich dann Covid gekriegt und dann mussten wir das absagen und deswegen haben wir es jetzt diesmal nochmal gemacht und jetzt hat Chris Covid gekriegt und dann mussten wir es wieder absagen und dann durften vier andere Leute, also vier Plätze haben wir weggegangen, aber weggegeben, aber wir sind zu zweit da rein. Das war ein Tisch, der seit Ewigkeiten reserviert ist, es ist ja unmöglich, da auch nur irgendwas zu bekommen. Jetzt will ich zum Beispiel nächste Woche. Ja, das hast du halt eben auch noch falsch kommuniziert am Tag später. Ja, deswegen, finde ich aber lustig. Auch das, aber auch das ist mein Humor. Das ist ja genau das, was ich meinte, dass wir auf Instagram posten, da muss man nur Bescheid sagen. Muss man einmal kurz Robert eine Insta-DM schreiben und dann kriegt man da auf jeden Fall einen Tisch. Ich glaube, die sind wirklich ausgebucht bis Ende nächsten Jahres und ich kriege zum Beispiel diese Woche will ich unbedingt da nochmal hin. Keine Chance. Also so nie im Leben und also ich glaube auch, ich glaube auch, dass Robert wirklich, der macht dann was möglich, wenn, wenn, der kocht das ja mit Mona zusammen und jetzt, also ich habe wirklich groß, also es war wirklich ein Mega-Abend, fand ich wieder. Also es ist faszinierend, wie die das wieder hinbekommen, ein unfassbares gastronomisches und gastgeberisches Konzept da auf die Beine. Also so, man fühlt sich sofort wohl es ist einfach klar, es ist auch mega, dass ich sofort die, die Playlist übernehmen darf und Drake alle einmal durchbeleidigt und die armen Menschen, die seit zweieinhalb Jahren auf die Reservierung gewartet haben, sich fragen, was? Ja, die höchstwahrscheinlich, ja, die höchstwahrscheinlich auch diese Playlist nicht hören würden im Privaten. Also die waren gleich kurz verstört wahrscheinlich. Aber das ist schon eine große Qualität dort und also ich kriege das nirgendwo anders auf der Welt so gut hin, als wenn ich einen guten Abend haben will, dann ist das da immer wieder und wieder ein großartiges. Und auch Lin jetzt, also die neue Sommelieus, sensationell. Also so wie geil die sind in ihrem Storytelling, wie sie zu dem Wein was erzählen und wie geil das passt und wie großartig, was für ein Gedicht an Abend das einfach wird, diese zwölf Gänge kombiniert mit den Weinen und so. Also es war wirklich einfach, das ist ein Gedicht an Abend, das kann man nicht besser so machen. Und also da war ich sehr, sehr glücklich. Das war eigentlich mein Highlight, muss ich sagen. Das ist eins der drei Highlights, wo man wirklich sagen muss, das war mega. In Kombination mit der Destille. Genau. Da hast du echt. Kontrastprogramm einfach. Das habe ich so noch nicht, also wie gesagt, ich bin ja dann, ich war glaube ich noch nie in irgendeinem Club mit, wo du, du gehst ja dann immer in irgendwelche Clubs feiern. Und da habe ich mich bisher immer rausgelabert. Ja. Weil das überhaupt nicht meins ist und ich tatsächlich mir dann so denke, was soll ich da und du bist, also. Da bin ich, da unterscheiden wir uns tatsächlich auch. Das ist, das möchte ich nicht. Und da hast du ja tatsächlich, also in der Destille, das fand ich faszinierend, wie du da innerhalb von 22 Minuten dich aus, also du bist völlig normal reingelaufen und hast normal geredet und bist sternhagelvoll pöbelnd da rausgegangen. Also was du gut, nein, was du, du hast mich so gut gepöbelt. Was du gut kannst, ist übertreiben. Ich bin, ich bin weder pöbelnd da rausgegangen, ja okay, vielleicht ein bisschen dir gegenüber. Wir sind rausgegangen und du hast gesagt, ja, noch eine Kneipe, Kleipentur hast du versprochen, wo, wo ist jetzt die nächste Kneipe? Nein, nein, so, ach komm, so schlimm war ich nicht. So schlimm war ich nicht für Stimmung gesorgt. frag doch mal Robert, frag doch mal Robert. Der wusste nicht. Nein, überhaupt nicht. weil schon eher, also wenn man jetzt, so Kinder, die auf dem Spielplatz sind, weißt du, und dann muss ein Kind nach Hause, weil es Abendessen gibt. Und wenn man das so packt und es so strampelnd in die Luft hält und dann nach Hause bringt. Es war erst eins oder so, da geht man nicht heim. Da fängt der Abend erst an. Ich bin 41 Jahre alt, ich brauche meinen Schlaf, ich brauche meinen Whoop-Score, damit der ausgeschlafen am nächsten Tag. Außerdem muss ich uns fahren, deswegen, ich bin der Fahrer. Ja, am nächsten Morgen. Ja, da war ich nämlich auch ein bisschen ausgeschlafener als den Abend zuvor. Da war ich dir das erste Mal, glaube ich, ach nee, es stimmt gar nicht, ich war nicht das erste Mal, aber ich war dir dankbar, dass du, dass du mich über, naja, das ganz dünnes Eis, das stimmt. Nein, das nehme ich sofort zurück. Ich bin dir für sehr vieles dankbar, das weißt du. Aber da war ich dir dankbar, dass ich, dass du mich gezwungen hast, früher heimzugehen und nicht mehr loszuziehen. Du warst auch nicht mehr zu, also du, deine Einschätzungsgabe war stark beeinträchtigt. Also du, dir war auch nicht klar, dass wir uns in Heidelberg befinden, wo wirklich Schmiersuff in jeder Bar einfach nur, ja, 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 also auch wo wir waren, warst du ja, wie du da mit den, ich habe 100 Schnaps gekauft, in so Metern werden die dann präsentiert und die habe ich dir in die Hand gedrückt und habe gesagt, das war mein Untergang übrigens, auch das war mein Untergang. Weil du die dann die ganze Zeit mitgetrunken hast, ne? Ja, ich habe die dann verteilt, was eigentlich ganz cool war. Ich fand das voll nett von dir, dass du die da fattest. Ich habe die dann, ich habe die dann, ich habe die dann, du hast die bezahlt, ich habe das übernommen, dass ich gesagt habe, okay, ich verteile die und die fanden das alle, die waren erst kurz skeptisch, so was will die Blonde eigentlich da mit diesen Meternschnäpsen und dann so, ja, okay, wir trinken, aber du musst mit trinken und ich konnte mich oftmals rauslabern, aber oftmals halt auch nicht und dementsprechend bin ich da so ein bisschen, ja, durch gewesen danach, aber war trotzdem alles im Rahmen. Soll ich dir einen Tipp sagen, den habe ich vom Hörensagen gehört, dass der Weltrekord halt, also der beste Autofahrer aller Zeiten, der nicht Louis Hamilton ist, der ist angeblich immer mit einer Flasche Wasser durch die Gegend gelaufen, hat die halb weggetrunken und hat dann, also in der linken Hand eine Flasche Wasser und hat dann immer Shots bestellt für alle und hat quasi immer Shots genommen, hat die in den Mund genommen und hat danach einen Schluck Wasser und hat dann den Inhalt in die Flasche rein. Das habe ich in der Distille übrigens auch gemacht an dem Samstag. Wow. Keinen einzigen dieser Schnäpse mitgetrunken, sondern alle in mein Wasserglas, was da rechts stand. Weißt du, das ist schon ein Wasserglas, da habe ich das immer reingemacht. Das ist schon ganz schön link gerade, dass du das jetzt sagst. Kein Wunder warst du so fit, aber du hast trotzdem drei Schinkenkäsekrosse danach vernichtet, einen Tag später und ich habe es auf den Alkohol geschoben. Aber dann isst du das ja immer so, also auch im nüchternen und nicht Suffzustand. Ja, gut. Da war schön zu heißen. Dann ging es zu Materia am nächsten Tag. Ab nach, wo war das, in St. Gallen. In St. Gallen, ja. Wie hast du das wahrgenommen? Wie jetzt, ich rede die ganze Zeit und führe dich hier durch. Erzähl du mal, wie der Ausflug zu Materia war. Wo sind wir angekommen? Wie sind wir, also wir fahren mit unserem wunderbaren Porsche, mit 72 kmh. Ja, also, ja, es war ein E-Porsche, muss man dazu sagen. Also wir sind alle irgendwie, alle 200 Kilometer angehalten, mussten den tanken. Und jedes Mal haben wir eine neue App gebraucht. Ja. Bis wir uns da durchgewurscht. durchgewurscht. Aber jetzt hast du viele Apps auf deinem iPhone, das ist doch schön. Ich habe jetzt viele Apps, mit deinem ja nicht gegen, mit deinem American International Handy. True. Ja, aber es war ja kein Thema. Genau, wir haben das ja gut hinbekommen und du hast dir dann auf dem Weg zwei der hässlichsten Sonnenbrillen auf der ganzen Welt gekauft, wie ich finde, oder nicht? Ja. Du fandest die toll. Ich habe meine Sonnenbrille verlegt leider. Das tut mir sehr weh in der Destille. Vielleicht, ich habe da schon mal angerufen, auf den Lost and Found haben, haben sie nicht. Komischerweise. Das ist, glaube ich, nicht so ein Ort, wo irgendjemand auch nur je angerufen hat. Je. Das ist total weird. Also du landest auch an der Bar dort. Dann irgendwer geht ans Telefon, warum auch immer es überhaupt ein Telefon angeht hat. Wahrscheinlich, wenn Ehefrauen nach ihrem Mann suchen, rufen die da an und sagen, ist der Karl-Heinz da? Jedenfalls hast du dir auf dem Weg dorthin, hast du dir auf jeden Fall zwei der hässlichsten Sonnenbrillen in der Welt gekauft. Und wir sind, ja, ich wollte es nochmal betonen, wir sind dann auf jeden Fall los. Du hast mir 500 Fragen gestellt, hast mein Allgemeinwissen auf die Probe gestellt und hast was gestellt. Bist ja gar nicht so unklug, wie du es zuvor gesagt hattest. Habe ich wirklich, ne? Das war, das merke ich gerade. Ich habe gesagt, ich habe was anderes gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube, was dir, ich habe wirklich zu dir gesagt, ich glaube, du bist nicht so gebildet, habe ich, glaube ich, gesagt. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass du sehr gebildet bist. Dass du nur, vielleicht manchmal nicht so. Du den Anschein machst. Naja, es ist jetzt schon so, du könntest jetzt nicht, sag mir mal einen Minister. Das könntest du jetzt nicht sagen. Du hast jetzt, du liest ja jetzt keine Tageszeitung und bist im aktuellen politischen, ja, Betrieb irgendwie interessiert und so weiter. Und deswegen dachte ich halt, und gleichzeitig bist du, das muss ich schon nochmal sagen, einer der schlauesten Menschen, die ich je kennengelernt habe, von der Auffassungsgabe und von der Geschwindigkeit auch, wie du die ganzen, ja doch, also ist so, du bist sehr, sehr schlau, aber hast eben noch nicht so viele Bücher gelesen, sage ich mal so. Also du liest ja jetzt auch nicht die letzten drei, vier Jahre. Und dann habe ich aber das nachgefragt mit 100 allgemeinen Wissensfragen, um das mal zu testen und muss sagen, dass du da gebildeter als ich bist. Darf ich jetzt auch nicht ganz vergessen, ich wusste da weniger als du. Ach, groß Maul, Rippke, soll man schön die Fresse halten. Und dann habe ich schnell das Thema gewechselt, damit wir da nicht mehr weiter drüber reden. Du wusstest sehr viel. Und das war, doch, es war schon echt beeindruckend. Egal, zurück nach St. Gallen, Entschuldigung. Genau, dann sind wir angekommen. Dann sind wir angekommen, sind ganz viele Menschen schon rausgelaufen. Das war ja ein Drei-Tages-Festival, wenn ich das noch richtig weiß. Und trotzdem war das ganze Festivalgelände immer noch nach wie vor voll. Für mich auch eine absolut neue Erfahrung, weil ich auch noch nie auf einem Festival war, das so über drei Tage geht. Das hat auch gestunken. Ich war voll, also auf dem Festivalgelände. Ich habe das so, hätte ich das einfach nicht erwartet. oder? Ich will das nicht abschwächen, aber es war halt einfach der dritte Tag. Es war unfassbar heiß. Ja, also die Menschen haben halt alle drei Tage hinter sich und man muss schon auch sagen, dass, glaube ich, der Boden, hast du jetzt ein Video gesehen, was ich dir geschickt habe? Wie geil ist das? Ja, ja, ja. Das ist richtig geil. Da war ein, was ist es denn, ein Maulwurf oder irgendein Squirrel oder irgend sowas in der Mitte vom Festival. Also die haben, glaube ich, den Boden gedüngt. Ich glaube, die hatten Nässeprobleme an dieser Wiese. Das ist ja so eine Wiese und dann haben die da Dünger drauf gemacht und es roch wie in einem Kuhstall. Das muss man so zugeben. Genau, das ist man leider sagen. Du warst noch nie auf dem Festival und das ist dann das erste Mal, dass du, ah, so ist das hier also. Genau, so es riecht. So der erste Eindruck, es riecht. Nein, also auf jeden Fall, wir sind dann auch da wieder irgendwie an allen vorbei und das ist ja für mich so krass, weil wenn ich jetzt auf, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt auf ein Festival gehe, dann stelle ich mich eben auch in diese Menschenmasse rein und an diese Schlange und man muss auch dazu sagen, ich habe auch noch nie den Status, dass man sagt, okay, ich bin Influencerin und ich könnte ja auch irgendwie Werbung für euch machen, das habe ich auch noch nie genutzt irgendwie und deshalb wäre ich in dieser Schlange gewesen, in dieser wirklich kilometerweiten Schlange und mit Paul Rübke fährt man einfach an allen vorbei, auch leicht unangenehm so, aber es ist so, also weiß ich nicht, mit dir fühlt man sich direkt so, ja, ist das zu viel, wenn ich sage VIP, aber es ist halt schon, dann geht man da hin, dann wird man mit einem Shuttle direkt so in den Backstage-Bereich gefahren, wo uns dann auch direkt, ich bin so schlecht in Namen merken, Tobi war das, Ja, Tobi. Genau, der Tourmanager. Ja, der ist mega cool und auch der hat uns wieder super herzlich und familiär aufgenommen, der kannte mich auch, glaube ich, auch so ein bisschen schon vom Hören sagen, er meinte auch, dass er ab und zu mal die eine oder andere Story schon gesehen hat und das gibt mir auch direkt ein gutes Gefühl, dass ich da jetzt nicht einfach so die, weiß ich nicht, so vielleicht vom ersten Erscheinungsbild, die Blonde da irgendwie da am Start ist, sondern dass es halt ganz cool war, dass ich da direkt mittendrin statt, nur dabei war, dann sind wir gleich zu Martin, der uns direkt zum Essen mitgenommen hat und dann haben wir da zusammen gegessen, der hat einfach Brokkoli, Wie fandst du den eigentlich? Also ich meine, das macht mir überhaupt nichts aus. So, ich habe da auch in dem Moment, ich so, okay, sage ich da jetzt was? Aber hey, nö, also er darf ja Brokkoli von meinem Teller essen, aber so richtig über den ganzen Tisch gelangt und von meinem Gemüse. Ich so, ja klar, also Martin ist von meinem Teller. Ich glaube, das wäre der Wunsch vieler, vieler Frauen da draußen und ich muss ja sagen, auch hier, ich kenne Martin von dir tatsächlich auch so intensiv. Natürlich kenne ich viele wieder, aber auch da, ich war jetzt auch kein Fangirl davor und ich glaube, das macht es vielleicht auch einfacher in der Situation, dass ich nicht sofort umkippe, weil ich glaube, wie gesagt, er hat Hardcore-Fans und andere an dieser Stelle werden wahrscheinlich sofort umgekippt. Von wem wärst du ein Hardcore-Fan? Gibt es jemanden? Von dir. Also pass auf. Danke. Nein, also dann steht er einfach da mit nur einem Handtuch bekleidet zum Schluss nach seinem Auftritt. Das Sexsymbol. Das ist ja ein Sexsymbol für mich. Ja, da würden andere, sage ich dir, umkippen. Da müsste wahrscheinlich Campino wieder kommen und fragen, ob alles okay ist beim Deutschen Roten Kreuz. Ja, ist echt so. Aber trotzdem auch da direkt aufgenommen worden und das war auch wieder so, ja, als wäre es nie anders gewesen. Ich glaube, das beschreibt es ganz cool und ganz gut und auch vor dem Konzert selbst, wie wir da, wie ich da mitten in dieses Ritual, dass sie alle einen kurzen trinken. Da hat er dich reingezogen einfach. Da hat er mich reingezogen. Ich sage da nichts zu. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, kümmert euch mal um Karo, sondern das passiert entweder oder das passiert nicht. Also ich war ja irgendwie weg und habe versucht, irgendjemanden reinzubringen. Und das wäre auch völlig fein für mich. Also ich hätte niemals gesagt, boah, die haben mich da gar nicht mit dazu geholt, sondern ich bin ja davon ausgegangen, dass ich einfach an der Seite stehe und davon ein Video mache und ich habe ja schon mein Handy in der Hand gehabt und wollte davon einfach nur ein Video drehen. Auch dass ich das machen durfte, war schon voll cool für mich, dass ich einfach dabei sein durfte und es so festhalten durfte, auch wirklich so diese Backstage-Situation, wo man eben als, ich sage jetzt mal, als Festivalbesucher eben nicht hinkommt. Und ja, und dann hat er mich da reingezogen und hat gesagt, nein, nein, du trinkst jetzt mit, du gehörst ja dazu. Und ja, auch das hat mich sehr inspiriert, dass ein Marten, der halt so gehypt wird, dass er auch solche, also so feinfühlig ist in dem Moment und halt sagt, nee, du bist jetzt da dabei. Und das war ganz cool. Also da habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt und war auch sehr geflasht, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich auch, ich stand da ja direkt auf der Bühne hinter dem Vorhang links. Also ich glaube, näher dran ging fast gar nicht mehr. Und wirklich hat er, teilweise Tränen in den Augen, dass ich das jetzt halt einfach erleben darf. Und deshalb, ja, bin ich dir da sehr, sehr dankbar, dass du mich da mitgenommen hast. Also das ganze Wochenende war krass und das war natürlich der krönende Abschluss. Hast du gesehen, was ich mit der Uhr gemacht habe, im Moshpit? Ja. Da gibt es leider kein Video von, weil alle anderen, wir sind am Ende, ja, ich weiß nicht, ob das eine Mutprobe ist oder was auch immer, ein riesengroßer Kreis und dann geht Martin da rein und dann war er auch ein bisschen überfordert und hat angefangen, mich anzuschreien, wo ich ja nichts dafür konnte, dass die Leute da hingegangen sind oder was auch immer. Ja, ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Was passiert jetzt? Kurz davor stehe ich da halt in der Mitte und realisiere, ich habe eine sehr schöne, sehr teure Uhr ums Handgelenk und gleich kann es sein, dass die nicht mehr da ist und habe aber noch gecheckt und habe die dann schnell ausgezogen, habe Pete, mein Mann Pete, der Backup-Rapper auf der Bühne, das waren locker 40 Meter, würde ich sagen, oder? 50? Ja, das war auf jeden Fall sehr weit. Dass die angekommen ist, ist ein kleiner. Und ich habe volle Möhre das Ding auf die Bühne geworfen. Und er hat es perfekt wie ein Home Run, also kann eben kein Home Run, hat es gefangen. Und also das war, das war mein Highlight, muss ich sagen. Weil das ist auch so ein wirklich großer Wurf, die ist halt auch, aber die ist schwer, die lässt sich leicht werfen. Und er sie so perfekt gefangen hat, das war das, das, da war ich sehr stolz drauf. Dass er das auch gleich geblickt hat, dass er das auch gleich, weil das war ja wirklich so trobelig, man hat überall hingeschaut und man wusste auch gar nicht, was passiert jetzt eigentlich gerade. Mein Fuß tut aber immer noch weh, muss ich zugeben. Also ich glaube, ich habe schon einen Mittelfuß mir geholt da dabei. Hast du? Weil alle ja auf die Fresse geflehen. Ja, es war schon, es war schon eins zu viel auch und sind ja auch alle hingefallen, dann liegst du da am Boden und alle fallen über dich drüber und das ist schon auch immer, also wenn die, wenn die Leute oben fallen, die helfen einem dann auch, aber es ist schon echt, beängstigt muss man sagen. Hart an der Grenze, ja. Und deswegen eigentlich war das schon auch ein bisschen grenzwertig, das überhaupt zu machen und, aber halt auch eine Verbrüderung. Also ich meine, Martin ist das ja wichtig. Das bin nicht ich, sondern das ist er, der sagt, ich will mit denen zusammen allen diese Eskalationen erleben und fühlen und das live bestimmen und ich glaube auch, dass die, und das also, das hast du ja schon auch gemerkt, dass das, und das sind schon auch dann wieder Parallelen zu dir, wenn es drauf ankommt, performst du ja tatsächlich auch. Also so, so wenn es wichtig wird, rufst du tatsächlich immer wieder und wieder außergewöhnliche Leistungen ab, also ob das dann auf einer Bühne beim OMR ist oder wo auch immer. Und das ist schon, also ich kenne neben Materia und Campino eigentlich wenig Leute, die so eine Energie auf die Bühne bringen und, und da auch das Kernstück des ganzen Jahres musikalisch natürlich eine Eins plus und bei Martin noch näher an dem, was ich wirklich mag, dieses Rumgerave mit den Remixen und dem, also so, das ist schon echt einfach eine großartige Show und ein unfassbar geiles, geiles Konzert einfach. Also so, so, das ist, das ist gar, also es ist ein Kunstwerk, das live zu erleben und das ist einfach eine Energie, die es sonst nicht, nicht anders gibt. Nochmal, übrigens am Samstag in Hamburg gibt es noch Resttickets für, für, es ist nicht ganz ausverkauft bisher, ich glaube, es gibt mal 800 Tickets. Wer in Hamburg am Samstag einen guten Abend haben will, holt euch mal ein Materia-Ticket. Das ist tatsächlich einfach das Krasseste, was es gibt in ganz Deutschland. Muss man mal erleben, das stimmt. Und, ähm, dementsprechend ist, äh, die, die, die Show, dir so auch mal zu zeigen, äh, hat mich natürlich auch wieder stolz gemacht, weil ich da ja auch was mit zu tun hatte und so weiter und, und, und das, das wieder zu teilen und, und das hast du ja schon auch gecheckt, wie, äh, ja, was, 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 was für eine Unerklärung, also die, die Energie ist ja nicht erklärbar, es ist ja nicht, das und das ergibt das oder was auch immer, aber irgendwas Magisches passiert ja in dem Moment. Ja. Und irgendwas Verrücktes passiert dann da und dementsprechend ist das, das war schon, also deswegen, war schon gut, dass, dass du das auch mal erlebt hast und, ähm, äh, das ist dann, das, das, äh, das hat dir auch gefallen, deswegen, es hat mir auch gefallen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte mich vorher noch mit, ähm, Benni mal Mitarbeiter unterhalten, auch über dich, hab gesagt, wir nehmen ja einen Podcast auf und so und da ist mir so eine Frage in den Kopf geschossen. Das kommt dir aber links außen. Nein, überhaupt nicht, ähm, aber mich würde mal interessieren, weil ich auch so zu Benni gesagt habe, so, du kennst so viele Menschen und die krassesten Menschengefühle und das irgendwie, egal wo wir hingehen, du kennst auf jeden Fall auch wichtige Leute, ähm, und da habe ich so gedacht, wer ist für dich so die inspirierendste Person, die du jemals kennengelernt hast in deiner ganzen Laufbahn? Ist das so viel verlangt, wenn ich das frage? Jetzt kann man nicht, äh, äh, man muss schon sagen, dass Toto Wolff ein Motherfucker ist, ohne irgendeine Diskussion, dass Niki Lauda, Niki Lauda eigentlich, also Niki Lauda war der krasseste, weil der eine, eine, eine Energie, eine Herzlichkeit, eine, der hat das alles vereint, was, was mir wichtig ist und das kombiniert mit, mit einer Aura, die den umgeben hat, die, die ich so nicht nochmal erlebt habe, muss ich sagen. Und, ähm, natürlich gibt es auch, also, natürlich ist Martin Campino, ähm, sind zutiefst beeindruckende Leute, ähm, für mich war Oliver Bierhoff immer sehr, sehr, sehr beeindruckend im, im Fußballbereich, ähm, ja, du bist da auch dabei, ich finde das auch faszinierend, wie du, ähm, mit, mit Energie da drumherum reingehst und dann, dann gibt es noch eine, eine Frau Bittencourt, die, ähm, es war eine Fargeissel in Kolumbien, die acht Jahre dort in Gefangenschaft war und, und dann darüber, dann, dann, sie war eine politische Kandidatin dort, ist, äh, von den Rebellen dort entführt worden und die habe ich mal kennengelernt und, und das, also das war auch richtig, richtig krass und beeindruckend, aber, also, das sind meist Leute, wo man irgendwie so ein, so eine Aura, so irgendeine unerklärliche Energie um die drumherum nochmal spürt und das ist dann das, was, was mich so absolut fasziniert an, an so Leuten zumindest, ähm, das sind, aber, also, also natürlich genieße ich das auch, natürlich bin ich auch so stolz drauf, das kann ich dir jetzt auch nicht, also weißt du so, deswegen natürlich habe ich dich auch mitgenommen, weil ich, äh, das teilen will, weil ich irgendwie, ähm, ja, da natürlich auch stolz drauf bin und, und weiß, okay, das ist ja auch ein Bereich, wo, wo, also natürlich genieße ich das und gehe grinsen, ob da Milky Chance kurz davor da und dort die und dann ist da der Manager von Jürgen Klopp und bla, 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 und also weißt du so, das ist ja, das, natürlich genieße ich das und da bin ich halt jetzt, weil ich das seit 15, 20 Jahren mache, an so einem Punkt, dass, dass ich, äh, dass ich drei, vier Leute, äh, zumindest so kenne, dass ich, dass ich, dass sie wissen, wer ich bin, wenn, wenn sie kurz Hallo sagen und dann, da bin ich natürlich auch stolz drauf, aber das, ich finde dann immer so, weißt du, ich habe mir auch Mühe gegeben bei dem Video für die Hosen, weißt du, da ist der Kameramann, der hat Covid und dann sagen die, ja, kannst du das nicht machen, aber da musst du ja andere Klamotten anziehen, dann mussten wir noch einkaufen gehen und trotzdem habe ich mir ja Mühe gegeben, also ich, ich, äh, mir ist es dann schon auch echt wichtig, dass, dass die zufrieden sind damit und wenn sie nochmal eine Veränderung hatten, dann habe ich nochmal was verändert und, ähm, das honorieren Leute, glaube ich, langfristig, dass, dass man sich Mühe gibt, dass man wirklich versucht, das, was man so, also mit seinen Mitteln, äh, so viel wie möglich, äh, zu geben und das habe ich jetzt auch, also am Wochenende war ich wieder bei der Formel 1 und das ist ja auch immer total, in Spielberg warst du ja, total wahnsinnig, das zu erleben, wie, wie eigentlich ich ja ohne irgendein Können fast nur durch Energie, weißt du, weil ich mit, und wenn ich in der Formel 1 bin, dann gehe ich schon jeden Morgen laufen, weil ich einen anderen Energiehaushalt danach dann habe, also egal, was am Abend davor war, ich gehe eine halbe Stunde joggen und dann bin ich mit mehr Energie da drin und allein dieses positiv, äh, sich eine Geschichte zu überlegen, die man vielleicht erzählen kann und das, ey, liebe Caro, ich kann dir sagen, dass das Wochenende war, glaube ich, mein erfolgreichstes Wochenende der Formel 1 von den Geschichten, die ich da erzählt bekommen habe, also so für, für die Follower drumherum und das liegt zum großen Teil an dir, weil diese vier Tage, die wir da miteinander verbracht haben, ich das wirklich absolut faszinierend fand, wie du versucht hast und das ja auch wirklich, das hättest du nicht machen müssen und nichts davon wäre egal gewesen, niemand hat dir da Geld für gegeben, das ist alles einfach nur, was auch immer, du wolltest es die ganze Zeit teilen mit den Leuten, die dir folgen, also das war ja wirklich ein ehrliches, ich will Leute mitnehmen und wie viel Nachrichten, also allein die Tatsache, dass du einfach, also die halbe Zeit, haben wir inspirierende Gespräche geführt, die andere halbe Zeit, in den Autotransfers, hast du über DMs beantwortet, also dass mehr oder weniger keine einzige Instagram-Direct-Message von den 4.000 pro Tag unbeantwortet bleibt und ich das ja auch faszinierend fand und ich habe mir auch viele vorlesen lassen und neben der Nachfrage, ob wir jetzt ein Paar sind, die wir ja schon auch mal mit nein und klar und ich sehr glücklich verheiratet bin und alles cool ist und man ja auch einfach befreundet sein kann und ich weiß gar nicht, was ich bin, bin ich dein Onkel, bin ich dein Partneronkel, hast du einen Patenonkel? Nein, ich habe keinen Patenonkel, ich habe eine Patentante. Dann bin ich jetzt dein Patenonkel. Du bist jetzt mein Patenonkel, das ist doch super. Katholisch oder evangelisch? Katholisch. Okay, dann muss man das, glaube ich, das finde ich nicht so lustig, ich bin nämlich nicht so, aber kann ich mich einfach selbst taufen und dann kann ich, das darf nur Jesus. Also jetzt driffen wir ein bisschen ab, aber im Ernst, ich finde das faszinierend, wie wichtig dir das ist und wie sehr, wie viel Mühe du dir gegeben hast, das zu teilen, was du da und das ja vielleicht viele Menschen scheiße finden, dass Influencer komplett gestört sind und alles teilen müssen und überall, was auch immer und da habe ich einen anderen Engel gelernt durch diese vier Tage mit dir und glaub dir das auch, muss ich sagen. Also ich glaube dir wirklich, dass du das mit den Leuten teilen willst und das vereint uns total, weil ich immer allen Erfolg mit Leuten teilen will. Also ich bin immer, ich habe nach One Night in Rio, wahrscheinlich dem größten da, dem Fußball-Denken, habe ich fünf Tage lang mit allen telefoniert, weil ich es mit jedem teilen wollte. Weißt du? Also ich war nur am Telefon mit all meinen Freunden und bis heute ist es so, dass ich, Amerika ist ein Riesenerfolg und alles geil und ich bin sehr stolz auch auf drei gesunde, coole Kinder und eine 16-jährige Ehe, die bringt mir nur alles nichts, wenn ich es nicht teilen kann. Also so immer, wenn Leute vorbeikommen, will ich, freue ich mich total, wenn die das sehen und wenn ich das denen teilen kann und das fand ich schon, dass du das wirklich unfassbar gut machst und dass es eben echte Beziehungen auch sind, so blöd wie es ist. Weißt du, es sind nicht nur Audience-Leute, die irgendwie geil, sondern deine Follower sich ja wirklich für dich freuen und sagen, wie geil, dass du das jetzt erleben kannst und so weiter und du tatsächlich dich darüber austauschst mit denen und ich das wiederum umgewandelt habe in ganz genau darüber nachzudenken, warum jetzt beim Formel-1-Team irgendjemand überhaupt Instagram, also was kann man da providen als Geschichte, was kann man, also man kann denen einfach einen anderen Blickwinkel auf dieses Wochenende bringen und da war ich viel mutiger, als ich sonst war, nämlich nicht das Posten, was alle immer, also weißt du, so normalerweise postet man halt da noch, oh jetzt ist Pit-Stop-Training und dann ist nächste, oh jetzt kommt die Fahrerparade oder sowas, nee, ich habe den ganzen Sonntag, hing ich nur an Toto dran und habe nur seinen Tag gezeigt wie sein und nichts anderes und das ist doppelt so erfolgreich wie andere Sachen auf einmal, also von den Zahlen und von den, also doppelt so, weiß ich jetzt nicht, also das müsste man dann nochmal anders, aber tatsächlich, habe ich das von dir gelernt an diesen vier Tagen und das ist total abgefahren, wie gut du das machst, Leute darüber, ob das jetzt Visual Storytelling oder Videos, Fotos teilweise, da hast du wirklich ein unfassbares Talent davon und deswegen hat es auch total Bock gebracht dieses Wochenende bei mir. Ja, ich glaube es ist auch, ich denke, ich denke, das ist ja auch das Wichtige, ich glaube, das hast du so zwischen den Zeilen gesagt, dass man das nicht macht, weil man möchte irgendwie damit flexen, ich meine, guck mal, du hast so viele Sachen, die du machst, wo du in Anführungszeichen flexen könntest, aber du machst es und ich mache das, weil es halt so Spaß macht, ich möchte das mit den Teilen, ich möchte, dass sie das Gefühl haben, sie sind irgendwie ein Teil davon, von diesem Wochenende, wo wir waren, dass sie das mit, also das sind halt wie Freundinnen, so wie du es sagst, man ruft im Real Life, sage ich mal, die Freundinnen und erzählt, in dem Fall zeigt man es einfach und das macht mir unfassbar Spaß, ich habe da auch nie, ich werde oft gefragt, auch im Urlaub, ich meine, du hast mich auch schon gefragt und jetzt sagt, jetzt leg doch mal das Handy weg, aber das macht mir nichts aus, das ist so, das ist so meine Leidenschaft, ich mache mir da auch gar keinen Druck und wenn ich dann meinen Tag nichts zeige, dann entscheide ich das für mich und dann ist das meistens spontan, dann ist das auch cool, aber im Endeffekt brauche ich diese Pausen einfach nicht und ja, ich glaube, das macht es aus, weil man eben was mit Leidenschaft macht und ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber was mich mal so interessieren würde, Formel 1, für mich ist das halt so, das ist auch für mich so eine Welt, die checke ich nicht. Für mich sind das Autos, die fahren im Kreis, krasse Autos, die fahren im Kreis. Was macht es für dich so, okay, das ist ein bisschen abgewertet, aber im Endeffekt, ich glaube, das geht vielen so. Was macht es denn, weil ich weiß, wir haben darüber gesprochen, dass du ja quasi wieder zurück bist in der Formel 1, du hattest ja so eine kleine Pause da. Mich würde mal interessieren, was es für dich so besonders macht. Sind es die Autos? Sind es wahrscheinlich bei dir die Menschen, schätze ich mal? Genau. Also mir sind die Autos total egal. Ich habe noch nie eine Faszination für Autos gehabt. Also auch für Straßenautos, die sind mir so halb egal. Ich finde ein paar Autos schöner als andere, aber es ist jetzt nicht so, dass ich auch nur irgendwo hingehen würde und mir Autos anschauen würde, sondern ich finde die menschlichen Momente gut. Also ich finde die Geschichten hintendran gut. Ich finde es zum Beispiel total faszinierend, wie ein Auto wichtig ist für, also auch für Erfüllung von Träumen zum Beispiel. Also das ist ja immer das, ganz viele Menschen belohnen sich ja mit Autos und definieren darüber ihren Status. Und die Geschichte da hinten dran, die finde ich faszinierend. Das ist was, was ich gut finde. Und die gleiche Geschichte gibt es genauso in der Formel 1. weil, ja, und das muss ich, also das ist schon echt zutiefst, deswegen, ich habe dir ja schon auch Sonntag geschrieben, so hey, eigentlich musst du da auch nochmal hin, damit du die drei für mich wichtigsten Welten einmal so verstanden hast, die ja dann doch weit weg sind erstmal von dir. Ja. Aber auch da ist es absolut abgefahren, was, also wie so ein, also Toto als Chef natürlich, aber auch, es gibt eine Person, die heißt Rosa, die ich heiß und innig liebe und Bradley, der Typ, mit dem ich das zusammen mache, der Motorsport-Komms-Direktor von Daimler immerhin. Und wie die an so einem Freitag zum Beispiel, da habe ich zwei Tickets dann extra, also A, passiert es überhaupt, dass die sagen, Paul, hier sind zwei Tickets. Bring jemand rein. Mach denen einen guten Tag. Und dann treffe ich, dann suche ich, war gar nicht so leicht, da waren sehr, sehr, sehr viele, sehr besoffene Holländer, die wirklich, also das habe ich so noch nicht erlebt, wie krass, also das war, also auch wirklich, auch drüber, also so, so wie so ein, auch so super sexistisch teilweise und super, also das war schon echt, das, also das fand ich nicht cool. Aber, dann habe ich halt irgendwann eine 22-jährige Polin getroffen, die, ich gucke dann schon, was sie halt an Klamotten, ich brauche, also weißt du, ich kann nur in die Mercedes-Garage reinbringen und ich kann jetzt nicht jemanden, also das sollte dann schon ein Mercedes-Fan sein, weil für den ist das sehr interessant, die hat halt eine Kappe an. Dann habe ich die gefragt und dann war ihr Vater gerade auf dem Klo und dann kam der zurück und dann habe ich gesagt, ja hier und wollt ihr zu zweit da mitkommen und da muss man auch, die müssen dann schon vaccinated sein und müssen über 18 sein, weil sonst darf man da nicht rein, weil man halt direkt in die Garage kommt und so. Und, und dann habe ich die ja mitgebracht und, und die sind dann da hin und dann hatten die, also wir haben den, da kümmert sich dann jeder, jeder Einzelne sagt, oh, also Toto macht auch blöde Witze und sagt dann so, ja hier, oh Gott, hat der Verrückte euch getroffen? Wir haben ja so eine, also Toto ist schon, der ärgert mich auch immer, weißt du, also er sagt auch immer du und dein, aber der, wir haben ein tiefes Vertrauen. Also der hat auch eine, das ist glaube ich die größte Anerkennung, der, also der mag mich schon und der respektiert mich schon dafür, was ich so tue und, und was da passiert und so und trotzdem machen wir immer Gags. Aber allen ist es wirklich, wirklich ernsthaft wichtig, dass die eine gute Zeit haben und kein einziger müsste das und selbst Lewis Hamilton will sich die Mühe geben, dass so jemand eine gute Zeit hat und das finde ich absolut, absolut faszinierend, dass mit die erfolgreichsten Menschen, die es da gibt, sich so viel Mühe in solchen sozialen kleinen Details, also von Essen über, willst du da noch und hier noch eine Kappe und komm dir das noch mal an und da noch, willst du noch ein Foto machen und haben wir das noch und klar signiere ich die, das bringt das Buch morgen nochmal mit und so und dann hat sie so eine Dankes-E-Mail am Abend geschrieben und hat sich, und das, und das ist halt schon so, also da kriege ich jetzt Gänsehaut gerade, während ich drüber spreche, so, weil das, du weißt ja, es gibt, also weißt du so, so die, die war wirklich zutiefst gerührt davon. Also die hat wirklich, und das hast du in jedem Detail von dieser E-Mail gemerkt, die hat wirklich tiefe Dankbarkeit über positive Energie in ihrem Leben gespürt und hat es gesagt, das ist das Krasseste gewesen, was sie je erlebt hat und hat sich so zutiefst bedankt, was wir so gemacht haben und die habe ich natürlich, also die schicke ich dann schon auch im Team weiter und alle freut es, auch Lewis Hamilton, Toto Bradley, Rosa, jeder Einzelne, der damit was zu tun gehabt hat, freut sich darüber, dass das einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hat und das finde ich total faszinierend und da ein Teil, vielleicht ein kleiner Puzzlestein davon zu sein, da mitzuhelfen und das zu machen, ist einfach nur faszinierend. Natürlich gibt es auch die Tatsache, dass da 80 Leute dafür sich den Arsch aufreißen, dass ein Auto schnell im Kreis fährt und diese Leiden, also ich habe Leidenschaft nirgendwo anders so klar, also in der Musik siehst du es ja, also so, warum macht Martin das? Weil er leidenschaftlicher Musiker ist, weil er auf einer Bühne stehen will und den Leuten eine gute Zeit haben will und da sind halt leidenschaftliche Autofahrer und alle stellen so viel und arbeiten gemeinsam an einem einzigen Ziel und diese Emotionen und dieses Gruppengefühl und das ist einfach, das ist, ja, unerreichbar und total geil da ein Teil von zu sein und gegebenenfalls auch ein bisschen, ja, was festzuhalten von dem, wie ich das wahrnehme, nach draußen über verschiedene Medien, weißt du, also so vor fünf Jahren habe ich da Fotos gemacht, inzwischen, dieses Wochenende habe ich kein einziges Foto gemacht. Ich habe meine Kamera nicht angemacht. Das war aber auch ein iPhone-Foto, also alles auf dem Telefon, alles, also mein Geschichten erzählen ist komplett nur noch mobil geworden und trotzdem versuche ich aber, weil ich, ich unterhalte mich ja auch mit denen teilweise privat und dann erzählt George, dass er da sein erstes Rennen gewonnen hat und dann sage ich, können wir das nicht aufnehmen und dann, also so diese, das ist schon faszinierend, die Emotionen da festhalten zu können und ein Teil davon zu sein, sowas zu haben und natürlich ist es, weißt du, für mich ist es natürlich auch, da vertraut mir jeder, da wiederhole ich mich jetzt, das ist halt total geil für mich, da sowieso, so sicher, wie ich ja durchs Umfeld der Toten Hosen oder von Materia gehe, noch sicherer gehe ich eigentlich durchs Formel-1-Umfeld, weil das mein Home-Turf, vier Jahre, fünf Jahre lang, habe ich nichts anderes gemacht, als jedes Wochenende, oder viele Rennwochenende mit denen zu verbringen und das ist schon ein krasses Gemeinschaftsgefühl und ein krasser, also so und diese, diese ganze Crew-Liebe oder wie auch immer man dazu sagt, dass da so eine Gruppe von Leuten und, und ob die in Eislingen an einer Modenshow, Livestream, gemeinsam arbeiten oder in Kassel ein Konzert machen oder eben in Spielberg mit einem Auto im Kreis fahren, das ist die gleiche Richtung, es sind unterschiedliche Levels, es sind, der eine fliegt mit einem Privatjet, der andere hat noch nicht meinen Führerschein, um da hinkommen zu können, aber trotzdem ist es die gleiche Energie und das finde ich faszinierend und das macht einfach großartig Spaß natürlich dabei zu sein, deswegen musst du da unbedingt auch mal hinkommen und du kannst es halt verstehen, weil du genauso bist, also weil du genauso großartig eine Energie daraus bist und so ansteckend und so, das muss man ja schon und dann können wir auch mal, du musst dich jetzt abholen, sehe ich gerade, Entschuldigung. Alles gut. Das ist halt, also wenn du irgendwo bist, dann wissen die Leute danach, dass du da warst. Und das ist wirklich faszinierend. Ich weiß nicht, ob das gerade positiv ist. Doch, doch, das ist am Ende positiv. Also so verlieben sich ja auch mindestens vier Männer pro Abend in dich und dementsprechend irgendwann demnächst wird da am Horizont ja auch endlich der verdiente Partner für dich im Leben sein, den du genau so finden wirst. Aber also de facto ist das faszinierend, was für eine Aura auch dich umgibt und deswegen hat es mir Spaß gemacht, die anderen Sachen dir da einmal zu zeigen und das so zu machen. Und ja, vielen Dank für die Stunde hier gerade. Ein bisschen das nochmal durch. Ich habe keine einzige Frage nach Frankfurt so richtig gestellt und was du gemacht hast, du bist mir leid. Ich habe dich zugeschwallt und habe das dann da. Nein, nein, nein. Das würde ich doch auch mal so sagen. Ja. Und morgen nehme ich kein Bock keine Zeit auf und erzähle da ein bisschen was von Frankfurt, würde ich sagen. So ist es. Ja. Also, zack. Paul, also vielen Dank. Vielen Dank für die Stunde. Vielen Dank aber vor allem für das krasseste Wochenende, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Bis auf die Geburten war das danach direkt das Krasseste, was ich erleben durfte. So fresh and so clean. Tschüss, Caro. Ciao, ciao. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet das ein bisschen vor und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt, die gibt es bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche, dienstags neu in deinem Podcast Player.